So, jetzt kann man sich wieder mit Guldum quatschen. Ich soll's dem Gebiet der Respekt. Warum soll ich dem Respekt zählen? Du bist so dumm. Äh, hab ich so viel Platz? Ja doch, ich hatte doch erst... Guldum. Ja, mach dich fertig. Oh, hier gibt's wieder einige Nebenquests. Hm. Okay, was haben wir hier? Symbolvertrag der Klasse C. Angriffsgespendung. Symbolvertrag der Klasse C. Stahlrose. Die hab ich doch schon. Ich mach ne Rose für dich abends. Hä, wieso hab ich jetzt zweimal Stahlrose? Hallo. Das wird saugendes Schwert. Ich weiß nicht warum, aber der Typ erinnert mich irgendwie an einem Hand. Oh ne, da springt mir die Hand runter. Okay. Äh. Ich hab grad irgendwie... Ich hab die Cassie jetzt zweimal. Bitte was. Also mit dem Schwanz, ne? Ja, das sowieso. Das ist schön. Ähm. Keine Sorge Cassie, das ist nicht so rum für dich. Also... Willkommen. Ganz bestimmt. Ähm. Ja, das ähm. Keine Sorge, überlass das einfach uns und... Ja, natürlich. Alles. Oh, oh, Eik. Hier, da, guck mal, da. Oh, scheiße. Wir sind da schon an dem Ort. Ich hab mich grad zu dem Ort tippet, wo wir sind. Boah. Hä? 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 Heik? Ja, ich wollte die ganzen Nebenquests annehmen und ich dachte, das ist noch einen ganz anderen Ort. Hi. Also, nee, das ist... Weißt du, erklär das mal mit dem Wehlaufen. Ja? Also mit dem... Ach komm, das war ja doch episch. Uff, ich glaub... Oh ja, warte mal. Wie kann man die ganze Zeit wehdrücken und denken, äh, der Charakter spackt drum, ne? Also... Wie kann man nicht merken, dass man sich zu dem Ort hin teleportiert, wo man ist? Ich hab was gefunden. Unser knitterter Werbezettel. Den guck ich dir jetzt an. Oh, Leute. Okay, der ist... Für nichts. E-Lack. Annehmen. Auf zum nächsten Dude. Äh, finde verlorenen Rucksack und bringe ihn zu Milak. Kann ich eigentlich nur meine... Äh, Brustgröße ändern, bitte? Äh, keine Ahnung, ob du das kannst und das Geld dazu hast. Also... Na, das... Das hab ich bestimmt dafür. Na ja, so ne Brust-OP kostet schon ein bisschen was. Ja, 500.000? Nee. Nur so viel. Quatsch, was? Nee, siehste. Warte mal, du hast... Wir reden jetzt so vom Real Life, ja? Äh, nein. Obwohl, warte mal. Nee, 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 nee. Äh, besorge rote Perlen. Äh, ich soll rote Perlen besorgen. Bitte? Äh, ich muss Mädchen umbringen. Jetzt muss ich wieder. Besprecht bitte ins Guldun. Hä, warum musst du ne andere Aufgabe machen, wie ich? Äh, ich mach die Nebenquests. Äh, nicht dein Ernst. Doch, das gehört dazu, Level. Weil, sonst hast du ja die Arschkarte, wenn du dann wieder ein bestimmtes Level brauchst und das nicht hast. Oder Ewigkeiten kämpfen musst. Ja, so oder so? Aber... Ist halt... Der ist blau? Sprech doch. Ja, natürlich ist der blau. Okay, äh, finde verloren. Rucksack, besorge rote Perlen, besiege die Meeresnymph. Oh, ich geh zu den Nymphen. Oh, nee. Ah, ich spiel dir nicht. Wo sind die? Nirgendwo. Küstenpuker. Therapöse? Nein, raus. Hä? Ich brauche einfach nur... Wo? Wieso putzt du dich, Alter? Bist du behindert? Nee. Cool, der hat irgendwas mit mir gemacht. Oder die. Die hat auch so eine Melvin hinter sich her rennt. Ähm, mir wird das nicht mal angezeigt, wo ich hin muss? Jetzt ist halt nur die Frage, ne? Ach, ich muss noch dahin? Der Gardon. Oberster Verwalter. Was? Alter, das sei dein Nerd. Du bin mir gemerkt. Ach, du machst grad die goldene Quest, kann das sein? Nee. Nee? Also, ich... Also, ich... 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 Also, äh... Ich nehme gerade so eine andere Quest an. Ja, rote Perle hier. Das war von diesem komischen Gardon. Ja, da müssen wir junge Mädchen töten, genau. Mal so eine Frage. Sind wir eigentlich etwa mehr? Oder wo sind wir hier? Es sieht so aus. Aber die Nymphen sehen sowas von hässlich aus. Ja, Alter, was kann ich denn dafür? Boah, die haben ja ein größeres Maul, als ihr Arsch ist, ey. Geiler Vergleich. Aber es stimmt. Edles Serum der Wiederherstellung. Stell 3200 TP wieder her. Hab ich doch schon. Hab ich 83 Stück davon. Und wo krieg ich jetzt die Perlen her? Ja. Das ist ne gute Frage, ey. Die Sorge, die roten. Ach, ich kämp' erst mal gegen alles, was hier so einen blauen Pfeil hat. Warum ist... Sind die so hässlich? Erst mal ganz ehrlich, das sieht aus wie meine Tante. Alter. Also, ähm... Ja... Kennst du... Oh, du, du bist in der Nähe. Ich kann nicht looten. Ich kann auch nicht looten. Und dann ist das Ding hier auch noch leer. Ja, das Ding bei mir ist auch noch leer. Aber das wird uns beiden gut geschrieben, wenn du jetzt tötest. Ja, das nicht, weil das Ding hier sind. Ja, warum töd ich die dann? Das ist nur gut, dass... Warum töd ich die dann? Los, Eik, mach mal hinne. Ja, ich mach's nicht mehr. Ich darf nicht so viel lachen, ich darf nicht so viel. Naja, also die nächsten drei Level verbringen wir jetzt einfach mal so, aber ich darf echt nicht so viel lachen und es pinke ich mir wieder in die Hosen. Ja, die nächsten drei Level sind, wenn wir das so machen, halt gar nicht. In 100 Jahren sitzen wir in den Flächen hier. Ob da bis dahin der Cassie das Schwanz hat gefallen ist? Das muss ich nachkucken, aber leider sind wir da bis dahin die Augen rausgefallen. Aber der wackelt halt immer noch mit dem roten Bändchen dran. Was machen die denn? Cassie, du musst einfach nur die Ion-Aufnahmen gucken, da weißt du Bescheid. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Tu es bitte. Das ist einfach... Eppisch geil. Oh, ich glaub ich hab schon einen richtigen Malvin gefunden. Ich glaub ich hab einen richtigen Malvin gefunden. So, und jetzt die nächsten Dudes. Obwohl, Malvin kann sich entscheiden. Ob er so ein kleiner Seestern mit Pickeln oder was ist das? Mit Pickeln auf dem Rücken sein will, die sich bewegen. Nee, das hat einen zu schönen Namen. Das heißt ja Sternenkrab. Ja gut, okay. Dann ist er halt so ein Fischiel. Ja genau. Nimm so ein Fischgedöts. Farbküsten-Fischiel. So eine Robbe. Die hässlich ist. Und blau. Mit... Törnern. Mit einem riesen Schwanz. Jetzt muss das jetzt retten. Oh, hier ist ein junges Tier. Davon. Führt er es. Ne, danke. Führt er es. Ne, ich sammle jetzt Perlen. Ne, ich will auch. Ich hoffe mal, dass das die Ecke der Perlen-Sammeln-Dingens ist. Das ist wieder mal der Meeresnymfe. A.k.a. Tante Ursula. Äh... Der wird hier einfach nicht... Oh doch, hier. Eine Perle. Wo? Oh lol, ernsthaft. Ich will auch. Heik, wo bist du? Musst du gucken. Ja. Eine Perle. Hast du die auch bekommen? Nö. Aha. Ich flut schon mal alles weg. Du musst Austern ausnehmen. Austern. Ja und nebenbei wirst du dann von so einem Melvin angegriffen. Ja, aber... Aber ich hab hier keinen... Also, Austern. Austern. Ja. Das sind so ganz kleine komische Muschel-Dinger mit einem leuchtenden Stern. Und dann... Rüber. Eik, ich kann nicht looten. Ich auch nicht. Jetzt ist die rote Perle weg. Oh, wo ist es? Hier, wo ich stehe. Oh, hier liegt ein totes Tier. Echt, ey. Da lass mal nicht so ein krasses... So ein krassen Müll, ja. Ey. Ernsthaft? Ist dir jetzt kein... Boah. Ich weiß. Ich mag... Ich mag Hunde auch. Kann ich hier... Ist jetzt was drinne? Es ist echt! Er hat doch nichts drinne! Fett! Fett, 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 fett. Ach shit. Boah, die leckt mich fett, ey. Warum haben die das so kacke gemacht? Ah, hier ist was. Das weiß ich doch nicht, ey. Ich trage die Entwickler. Vor allem, wir brauchen zehn Stück. Da liegen drei verfickte Austern rum. Man muss gleich warten, ne? Glaub ich. Äh... Nö. Ich will nicht warten. Ich auch nie. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Warum sind wir eigentlich unter Wasser? Weil unter Wasser ist Wasser. Ich bin am Strand. Wir sind am Strand einfach. Ja, aber... Ein rote Perle... Das ist wie bei, äh, hier... Sportbop-Dings da. Ja. Das Meer unter dem Meer. Eine rote Perle... Jetzt rennt der Lupe hinterher, dass ich nicht mehr lupen kann. Warum? Ich konnte doch lupen. Ach so. 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 Äh... Guck mal, hier ist die Fante Ursula. Nicht gegen meine Fante. Ne, ne, ich guck mir grad das Meeres-Dionae an. Ich hole ihn jetzt. Also meine Fante. Nicht die Nymphe. Was will der Meldung von mir? Also entweder... Ich bin... Ich bin echt... Äh... Kurz davor zu sagen, dass diese... Diese... Lymphe hier... Ne? Meldung. Ich... Ich weiß noch nicht was Meer nach... Was ist denn das hier? Wem könnte man das zuordnen? Eine fette Hand. Ach du heilige Scheiße. Warte mal. Ja, es greift sich einfach so schön. Maurus? Alles klar. Ich hab noch mal so... Eigentlich. Wen haben wir denn nach dir? Hm. Einmal sehr, sehr gute Frage. Oh yeah. Oh, ich bin aus dem Gebiet mit den Muscheln raus. Warum leuchtet das hier rot? Ich kann es nicht looten. Aber das... Eine goldene Schuppe. Nix. Ohhhh. Lalalala. Oh. Meine. Noch vier. lalala 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 ich hab nen Magneten im Arsch Du wirst mir nach. Na jetzt auf einmal. Vorher bist du mir nachgerannt. Man sollte niemals vorrennen, oder? Du kannst halt einfach nicht schluten, weil du angegriffen wirst. Doch, ich kann nicht schluten. Man sollte niemals vorlaufen eigentlich. Ja, ich hab's mitbekommen. Du, Alter. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Lalalalala. Eine rote Perle und die letzte. Äh... Was? Äh, warum? Weiß ich nicht. Okay. So, jetzt... Äh... Finde verlorenen Rucksack. Gesundheit. Gesundheit. Äh... Äh... Da unten sind wir. Da sind wir. Ich will nen fucking Wegpunkt setzen. Äh, jetzt wird's mir angezeigt mit dem Rucksack. Läuft. Weißt du, was mir jetzt gerade aufgefallen ist? Das ist sinnvoll. Das heißt, die Gehörschen hat. Dann musst du's mal wechseln. Äh... Hast du dich jetzt echt dahin teleportiert? Ja, warum nicht? Ich hab das Geld. Den Rich? Naja, ich auch, aber... Den Rich? Hast du nur zwei blaue Aufgaben angenommen? Ja. Oder musst du auch noch den Rucksack finden? Ich hab nur zwei. Ich hab drei. Ja, jetzt hab ich auch drei. Die Hälfte hab ich erleden. Die andere Hälfte nicht. Oh, hier ist ne Raupe! Oder was ist das? Oh, das, äh... Alp, du musst definitiv herkommen. Ja, ne, ich tippe mich gerade in die Stadt rein, weil ich den Rucksack holen will. Das ist... Warte, äh... Wo bist du denn? Also, das ist echt... Das ist, äh, ja... Ne, aber da... Muss ich da runter springen jetzt? Ja. Nö, dann nicht. Dann geh ich erst den Rucksack holen. Ja gut, dann hol dir halt erst den Rucksack. Ja, damit ich die... Ja, damit ich die Quest abgeben kann. Ja, warte mal. Ich guck mir in der Zeit aus, den wir so benennen könnten. Wenn's ne Raupe ist... Ähm... Ähm... So ne kleine, fette Raupe. Selbert. Ja. Das ist einfach nur Selbert. Einfach nur Selbert. Mit Stacheln auf dem Rücken. Ja. Die aussehen wie Bananen. Ja. Also ein Selbert. Ja. 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 Ja.